Markus-Evangelium Kennst du schon das neue Gottesbild? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Der Evangelist Markus offenbart uns ein neues Gottesbild. Gott kommt als Messias nicht dazu auf die Erde, wie es damals viele Juden erwarteten, um alle Sünder zu vernichten oder sie streng zu bestrafen. Nein, er kommt als guter Hirte, der jedem Einzelnen nachgeht, auch uns, um uns alle zur Umkehr zu bewegen und für die Ewigkeit zu retten. Sehr berührend sind dazu die Worte, welche die Heilgeschwester Faustine von Jesus vernahm. Wie sehr sehne ich mich danach, Sünder zu retten. Die größten Sünder würden zu großer Heiligkeit gelangen, wollten sie nur meiner Barmherzigkeit vertrauen. So schreibt sie selbst, möge an Gottes Güte niemand zweifeln, auch wenn seine Sünden schwarz wie die Nacht wären. Gottes Barmherzigkeit ist stärker als unser Elend. Eines ist notwendig, und zwar, dass der Sünder seine Herzenstür ein wenig für den Strahl der Barmherzigkeit Gottes öffnet. Das Übrige wird dann von Gott erfüllt. Und wie öffnen wir unsere Herzenstüre? Wir öffnen sie am besten in der heiligen Beichte, wo Jesus selbst auf uns wartet. So sagte zur Heilgeschwester Faustine, wenn du zur Beichte kommst, wisse, dass ich selbst im Beichtstuhl auf dich warte. Ich verhülle mich nur mit dem Priester, aber in der Seele wirke ich selbst. Hier begegnet das Elend der Seele dem Gott der Barmherzigkeit. Sage den Seelen, dass sie aus dieser Quelle der Barmherzigkeit nur mit dem Gefäß des Vertrauens schöpfen können. Wenn ihr Vertrauen groß ist, ist meine Freigebigkeit grenzenlos. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns als gute Hirte nachgeht und auf den rechten Weg führt. in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, wo Jesus uns in den heiligen Sakramenten seine unendliche Barmherzigkeit anbietet. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes Willen so geschehe es und dir geschehe, wie du bittest und es sehnst zur Verherrlichung des heiligsten Namens unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut und bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.